Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und ich ergriff mir das Wort und niemand sah, dass es gut war. Willst du mir etwas sagen, du Judas? Komm, nimm dein Kreuz und dann ab auf den Bußgang. Ich schuf einen makaberen Buchband, duhe dich in meinem literarischen Blutband.